Heute beginnen wir mit dem Projekt Heimat. Das ist ein Aktion Mensch Projekt, das wir auf den Weg gebracht haben. Wir haben einen Künstler, den bringen wir zusammen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Altersgruppe 17, 18 Jahre. Und wir werden versuchen, ob wir durch Zeichnen den Gedanken bei diesem Wort Heimat Ausdruck verleihen können. Ich freue mich trotzdem mein Land, meine Familie. Und sonst, mir geht's gut. Ich Deutsch lerne. Ich möchte mit meinem Bruder zusammenwohnen, allein in der Brücke. Und dann meine Schule fertig und dann mache ich Arbeiten. Kürtelstein ist in meinem Herz und ich danke Deutschland für alles. Kürtelstein ist in meiner Nähe, die eine Georgie, die eine gibt, die eine 반отаüterinheit ist. Untertitelung des ZDF, 2020